Hallihallo Löchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Pimmel den Draaah! Ja, das ist immer noch lustig nach wie vor. Man kann es, ich weiß nicht, das wird glaube ich nie aufhören. Ja, und zwar bei Looter Kings mit den Kostümen von Gronkh, von Sarata und Sergeant Rumpel mit dem kostenlosen DLC Gamer Pro Pack. Achso, mit dem Draa natürlich und dem Darky Priest. Ja, 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 ich mach ja schon weiter. Wir haben einen Shop gefunden übrigens. Ich hab mich nur umgeguckt. So, schauen wir mal. Ich habe eine, oh Gott, eine Erbe des Trauzeugen. Geh mal auf die Doppelachse unten, vielleicht zeigt sie es jetzt nicht. Oh, ich hab mit Doppelwaffe! Also, ich glaube eigentlich nicht. Aber kauf einfach mal alles, was du da kriegen kannst, zur Not. Ja, wir haben ja genug Kohlen. Oh, du hast ne Maske! Ich schmeißt die Maske durch den Club und schreibe, wow, wow! Oh, wie geil! Ähm, was nehm ich denn? Dann ist das aber auch unterschiedlich, oder? Was hab ich denn jetzt für ein komisches? Ich glaube, ich hab das Symbol, ne? Ich nehm mal jetzt. Braucht noch jemand Kohle? Alter, die Maske ist geil! Sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig! Ihr müsst euch mal ein bisschen healen, würde ich sagen, oder? Vor allem der Darkie. Ja. Was sind denn das hier hinten für leuchtende Dinger? Achso, die leuchten einfach nur, okay. Ne, gibt's grad keine Pilze, oder seh ich das falsch? Ne. Ne, 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 ne. Wir müssen eh zurück. Mal sehen, ob's in dem vorhergehenden Raum noch welche gibt, aber ich glaub ja nie. Also, ich brauch keine Kohlen, ich kann mir eh nicht mehr kaufen jetzt. Oh. Ich hab 60. Ich brauch nichts. Ich brauch nichts. Ich brauch nichts. Wo ging's denn jetzt eigentlich lang? Da muss der Darkie, ach da, 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 da. Äh, da muss, äh, Darkie sich als erstes mal ein paar Pilze holen, wenn wir im nächsten Raum sind. Hm. Ach, du bist jetzt Fernkämpfer? Boah, sind mir jetzt beide Fernkämpfer, Dude. Ich bin Neukämpfer. Hab ich denn jetzt eigentlich Rüstung 3 durch die Maske? Unter. Aber. Äh, Pilze, 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 Pilze. Da kommen sie. Oh scheiße. Nja, 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 nja. Alter, die Combo ist ja geil, aber... Ja. Ich hab zwei Pieke. Oh, wie geil. ja die kompo ist echt gut ne tarn und dann äh dolche das so ich hab da mal ich hab da mal noch was in die mitte gesetzt hier ich bin uns ich bin död ja wir können dir grad nicht helfen du stehst genau in der meute ja ist kein kein problem ich komm noch nie muss nicht runter ist okay erledigt okay dann muss man muss man gucken ist richtig richtig geil ja cool und die und die 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 superwaffe kann ich nicht drücken weil da habe ich mir den zwei dingen in einen rein und stechen ab so hier lang weiter geht's würde ich sagen pass auf pass auf vorstuhl wäre jetzt lustig oh schade oh gott ich brauche einen platz weit oben hier zum beispiel hier da ich hab was wir müssen noch nie die viecher müsst aber ein bisserl zu mir weil hier ist noch mit den hügel das wird schwierig wenn ich da drüben drauf ne da geht es nicht machen ein und fufziger kill aua ich hänge ah hilfe hu knauze nee nee du bleibst doch schön da oben du bist unsere sicherung ducky ja wir sind jetzt gegenüber das ist vielleicht gar nicht so schlecht oder äh ich spawne da mal einen hirschkäfer oder ja ein hirschkäfer war schon richtig ja ja der eine ist der der zweite feierelemente sind da alter der trage geht grad voll ab hier ne trage geht grad mit seinen dolchen voll ab hier der zieht aber auch einiges ab von den viechern wenn ich das mal so sehe 166 alter 170 wenn ich bin in kombo voll ab hahaha das ist hart und ich schieße hier popelicke ja ist gut ja erledigt jo mein hirschkäfer hat auch nichts mehr zu tun der laut steht bloß noch sinnlos durch die gegend ähm pilze technisch gibt's ja keine aber brauche auch keine so richtig also hättchen grenzen okay dann ab zur tür das läuft ja wie geschmiert würde ich sagen ja ja das läuft wie abgestockt stück brot ja wir haben es langsam raus würde ich sagen hier kannst du übrigens mal meine maske betrachten wo ist die maske durch den klub und schrei wow unsichtbare heilung habe ich als äh ja ein aufzug achso ich habe es gar nicht wie krass ne ne wirklich ne ich hab da drei die in die kiste gelootet die ist ja warte warte komm 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 hier weil ich es kann ja ich hab 77 das passt schon ich auch hier nehmt euch nur das eine mit da jetzt ist es auch für mich blind echt jetzt ja jetzt ist es auch für mich blind oh jetzt bin ich gespannt alter Ebene 3 was ist los die Ebene 2 sind wir nie einmal gestorben oder täusche ich mich gerade ne gar nicht ne das lief jetzt richtig gut wir wissen noch gar nicht wo wir überhaupt sparen wenn wir gegen oben sind bitte nicht in unterster Ebene stimmt stimmt warum behältst du dich Pilze können dich heilen oder auch nicht es gibt nur einen Weg das herauszuwenden warte mal ich guck mal ob das Wasser einen umbringt nein gut sieht aber nice aus richtig gut aus also und das Wasser auch was besser richtig viel rund haha okay wird sich wird sich spannend das ist doch jeder steht da was drauf hr 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 dir ja ich habe jetzt bloß fässer also erreicht ja weil ich sind gar nicht so schwer oder bin ich doch wenn jeder serie macht macht ihr automatisch dass du das ist und weg springt ja weil ich komme zu dhaki jetzt rennt er weg ja hier ist durch es geht mit uns wir sind die pro gamer muss mal kurz ein bisschen rumgucken warte mal der voll geil aus hier voll da das wasser sieht cool aus das sieht gut aus voll der löwenkopf hier hier ist noch die kiste da sind es die irgendwie mehr droppen ich bin schon wieder bei 104 bin bei 100 ich bin bei 117 was jeder wo nicht wir haben wir gerade schon haben wir gerade schon passiert aber nicht doch geschickt schon wieder hallo hier die tür das sieht cool aus ne kann man nicht sagen aber ich wir wissen ja alle wie viel wert die leute ne auf grafik und ich weiß dass bei dem interview von der gamescom dass jeder raum selber designt wurde was zum teufel alter was sind das kräpsel krabbe hey cool du kannst da wenn die sich panzer hat könnte sie nicht angreifen ja du kannst dich auf du kannst die auch ich habe gerade so eine explodierte alter ich sehe nicht mehr du kannst dich auf ja ja ich sehe auch nichts mehr die hat mich angesprochen ja die haben dich voll gespuckt ich habe gerade so eine ich habe gerade so eine explodierende ratte gespawnt aber die explodierende ratte die tut mir ja nichts theoretisch nee nee die macht ihr nichts alter es ist gar nicht so einfach hier die viecher abzustechen wenn die sich in da und heilen jetzt aber irgendwie wäre ich auf dem gelandert auch noch getroffen ja hier gibt es dann hier gibt es einen shop bin tot ich bin tot ich bin tot ja geht gleich los ich renne zu knuspy achso ich bin tot und renne zu knuspy das ist irgendwie ja wir haben echt wir müssen echt leveln irgendwie dass wir aber hier kriegt man bestimmt ordentlich xp dann renn einfach weg dank dir ich sehe nichts auch nicht oh gott hilfe oh ja ich habe eine krabbe gespawnt das ist gut die halten bestimmt eine weile aber ich kriege ja trotzdem schaden ne ja dann musst du wenn sie wenn sie mich an anspritzen bin schon wieder oh oh deine kiste ist down ja ich gehe auf die andere hier drüben ah ich sehe nicht mehr irgendwas schießt dich an die spritzen dich an mhm spritzen mich an bleib da oben bleib da oben bleib da oben ja ja alles gut ich schieße die krabbe wie gesagt wenn du eine 15 ankommen brauchst geht die kiste kaputt ja ich brauche irgendwas anderes wo ich mich draufstehen kann das ist ein bisschen geht zu darky ich habe eine krabbe gespawnt ist das hier lebt die noch ja einer lebt noch die geht nur wenn du sie nicht angraßt dann geht sie doch nein nein ach so ja meine krabbe schießt am ohr drauf die ist auf alles klar ruf auf die modi du darfst du nicht angreifen jetzt der loot ist der weile eine runde oh gott oh gott was willst du nur bei mir dort nice loot nicht vergessen bin schon dabei bin dabei hier gibt es bestimmt mehr xp oder ja könnte hinkommen ich bin kurz vor vier das ist heavy du nimmst auch immer brav deine grünen und gelben kugeln mit ok dann habe ich mich auch keine idee hier ist eine tür hier ist eine tür ausrufezeichen hier ist ein shop ach so ja da war ja ein shop aber weiß nicht können wir trotzdem mal reingucken ja mir bringt es ja eigentlich bringt es ja nichts richtig oh hier geht es runter noch gibt loot könnten wir hier auch noch die geister kaufen oder gibt es nur merkwürdig aber wir hatten doch schon mal das spiel neu gestartet ne ja klar um das pro gamer pack zu installieren ja aber dann danach hat er doch keine dings gekriegt merkenwürdig ich bin zwei und ja fast drei viertel ja ach hier gibt es übrigens auch eine tür wo wir weiter können schon aber die oh gott was kommt jetzt das ist ja ach nö mages aber die sind die sind eigentlich die schon die snackig eigentlich gut weg krabbe 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 habe ich gespawnt ach so ja da bringen mir die zauberer bringt mir das auf die kiste hoffen nischt ne ach das ist schwierig musst nur aufpassen weil doch ah daneben hüpfen wir auch irgendwo höher ja noch höher geht aber nie ich komme nirgendwo noch höher wie auf au wenn die explodieren ist das so kacke alter schwede oh gott bin gleich down zwei habe ich drei boah habe ich hab was gespawnt ne krabbe habe ich gespawnt bin gleich tot ja ich auch oh gott genau daki bleibt da oben hier pilze übrigens sind manchmal auch diese grünen an der wand hier ja ich bin tot daki rein 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 oje hier ist noch ein pilz daki ich lebe noch ja wenn du mich irgendwo mal beleben ja mach mal daki ich hab sie gerade auf mich dank dir einstech ich gerade ab super weiter tot ja ich kann hier krabbe wieder die krabbe die gehen erstmal auf die krabbe das ist gut ja weil die hat so ein so ein so ein so ein handlock nice wir haben es geschafft wuhu das ist sauber es läuft ja wie sau gerade das ist echt krass ne wenn man es eben mal so ein bisschen raus hat und dann gehts die krabbe die krabbe die krabbe die krabbe die krabbe die krabbe also ich habe was ich habe was ja klar und jetzt baue ich ein zauberer skelett es ist nicht schlimm ihr steht oben ich bleibe bei daki in der nähe und guckte sich erst die mage aber der ende ist gleich da und ich bin da ist nicht so gut und ich werde trotzdem getroffen ja ja die sprühen mich halt voll das ist das problem und das machen die egal wo du stehst ja einen haben wir ja krabbe gegen krabbe habe ich hier mr krabs versus mr krabs geldgier siegt na komm schon ich wurde getroffen ich habe einen gestunt down so ich kann wieder hier warte 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 jetzt auch ruhig raus neue krabbe bin schon wieder tot ich komme zu daki bleib da oben bleib da oben gib nie deine höhere position auf da hüpfst du einfach mal du hör du ok meine krabbe ist down naja ich bin schon da oh 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 ach eine hast du gehört zu viele da ich bin glidown muss mir mal pilzer suchen oh oh hier kommt noch eine oh gott lass mich essen ah lass mich aus dem wasser ah Hilfe ich sehe nichts ah wo ist jetzt meine erhöhte position verdammt ach hier hinten alles klar Hör mal auf drauf zu schießen Ne, hör mal auf drauf zu schießen Jetzt Ey, zieh mir auch komplett halbes Life, ne? Eine müsste down sein Ja Auf die andere Jetzt ist er wieder da Neue Gegenstände im Laden hinzugefügt Doch, oh scheiß Level 4 Lies mal nicht drauf Einmal abstechen, die Sau Yay Also ich hab ein Standard von 48 Schaden Warte mal, wo war denn der Shop? Wo war denn der Shop? Hier ist einmal Pülze Ich brauch nicht, ich hab mich ja selber rein Wo war denn der Shop? Hier sind nochmal Pülze Äh, wieder zurück Hier sind nochmal Pülze Will jemand? Und sonst dann esse ich's, mir ist egal Ja, dann, hau rein Ich hab hier zwei Türen, wo war denn der Scheiß Shop? Ach da Oh Mache er, tue er Mache er, tue er Wir sind schon wieder bei 21 Minuten Was ist denn los hier? Was los? Zum Kotzen Was denn? Ah Ah Das siehst du sofort Ich hab einen kleinen Schniedel, ich weiß Ich jetzt nicht mehr, ich spiel jetzt in der großen Liga Da war's Da war's Ach Hä Sag mal, was, wüssten wir jetzt, wüssten wir jetzt Essen kochen? Oder wie? Ja Ja Ah, Schottenrock Hey, eben, leister Schniedel, aber auch wenn ich hoch ist noch So Nimm mal an, dass das mit dem nächsten Level ab bei dir kommt Welche Tür? Ton wieder Also bis 12 kann ich noch mitmachen, dann müsste ich ins Bett in einer 5 Stunden Ja, ja, das ist nämlich jetzt gerade der Zwiespalt Wenn wir jetzt das so weitermachen, dann wären wir nie fertig Dann lass mal, wenn es in der Folge nochmal den nächsten Raum checken, ob dann hier vielleicht noch ein Fahrstuhl ist Ja Nee Naja, gut, dann, dann würd ich sagen Weißt du, was wir jetzt testen? Wir lassen uns jetzt Game Over gehen und gucken, wo wir rauskommen Ich will aber nie Ja, ich auch nicht Ich bin tot Ja, ich bin auch tot Jo Machen wir das mal so, jetzt kurz und schmerzlos Aber wir waren gut Am Iragen, bis ganz am Anfang, unten in der ersten Grotte Wir waren gut, ja Ja, erste Grotte Boah, das ist fies Ja Alter Das ist ein Stundenspiel, ne Hallo Ich hab wieder ein Holzpopelschwert Alles wieder zurückgepopelt Alter, da müssen wir Ja, vor allem, wenn wir immer noch so kurze Aufnahmesession machen, wird das schwierig, ne Ich hab Sonntag frei das nächste Mal Aber ich kann ja sonst jeden Abend Ja, das kann man ja, das kann man ja nochmal offscreen besprechen Guck mal, die Fahrstuhl ist, nee, ist ein Shop Ja, ja Willst du mal gerne mal gucken, ob die Sachen im Shop wenigstens bleiben Ja, die Sachen im Shop bleiben Hm Naja, klar, die freigeschalteten Sachen bleiben, weil du bleibst ja das gleiche Level Hm Ja, doch Ja doch, du bist Level 1 oder wie, ne, hä, keine Ahnung Ja, okay, ne, ja, ja, verstehe Ähm, ja, werden wir sehen Ähm, wenn es jemand vielleicht von euch weiß Gut, wir sind in der sechsten Folge Ich glaube, da sind wir schon wieder neu am Aufnehmen Oder wir finden es vielleicht noch raus Mal sehen Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, ne Darcy, du draufst Alle nochmal winken Drei Drei Eins Das klappt super Servus Macht's gut, tschüss Drei Bsp Anton Drei Drei Drei